Hallo liebe Broadcasting Community, ich begrüße euch herzlich zum dritten und letzten Teil einer kurzen Videoserie mit Ina Herzer. Sie ist Geschäftsführerin von MSD Österreich und Leiterin der Plattform Innovation der Pharmig. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Wir haben in den ersten Teilen unserer Interviewserie über verschiedene Dinge geredet, natürlich darüber, was die Plattform Innovation macht, was ihre Ziele sind, aber auch darüber, dass zum Beispiel die Rahmenbedingungen für die Forschung gerade im pharmazeutischen Bereich in Österreich nicht optimal sind und was man da machen könnte. Und was mich jetzt natürlich noch brennend interessiert, ist, wir haben so viel über dieses Thema Innovation geredet und haben das immer angestrichen, aber sind eigentlich noch nicht auf konkrete Projekte gekommen. Was ist es denn, woran ganz konkret geforscht wird? Was sind da die Beispiele, auf die wir uns in den nächsten Jahren einstellen können? Fangen wir vielleicht mal nochmal mit dem Thema Innovationsansätzen an und speziell mit pharmazeutischen Innovationen. Also die Entwicklung eines neuen Arzneimittels dauert im Schnitt zwölf Jahre und wir reden von fünf bis zehntausend Substanzen, von denen dann letztendlich genau eine zur Marktreife gelangt. Also das heißt, eigentlich sind schon wirklich neue Arzneimittel echte Innovationen. Aber Innovation findet natürlich auf der Prozessebene auch statt. Darüber hatten wir schon gesprochen und da kommen natürlich dann auch Themen wie Digitalisierung oder Artificial Intelligence zum Einsatz. Bei diesem Thema Artificial Intelligence, Digitalisierung will ich einhaken. Man stellt sich ja die Pharmaforschung so als Laie, irgendwie noch sehr klassischerweise mit Leuten in weißen Kitteln und Mikroskopen und Substanzen vor. Was wird da im Bereich von Digitalisierung und Artificial Intelligence konkret gemacht? Was sind da die Potenziale? Letztendlich geht es ja genau dabei um Datengenerierung und Datensammlung. Und da können natürlich Algorithmen, Artificial Intelligence, Digitalisierung oder digitale Tools sehr helfen, um diese Daten auch entsprechend auszuwerten und Erkenntnisse zu generieren. Genau die Erkenntnisse, die Forschung auch braucht, auf der sie aufsetzen kann, damit man von da weitere Innovationen entwickeln kann. Es geht aber natürlich auch um das Wohl der Patienten und darum, dass Patienten eine frühe Diagnose bekommen und dadurch auch die richtige Therapie schnellstmöglich von ihrem Behandler. Und auch da spielen Daten und Erkenntnisse eine zentrale Rolle. Je mehr wir erfassen, wie Therapien wirken, je mehr wir in sogenannten Registern anonymisiert Real-World-Data sammeln, umso besser ist es hinterher möglich, zu sehen, welche Therapien, welche Medikamente wie gewirkt haben und auf Basis dessen auch neue Wirkansätze zu entwickeln. Ich will jetzt ganz zum Abschluss noch einmal, um diesen großen Bogen zu spannen, zurück auch zum Beginn unserer Videoserie, nämlich das, was die Plattform-Innovation der Pharmaindustrie macht. Nochmal darauf zurückkommen, jetzt sind bei euch im Verband im Prinzip alle großen Player der Pharmaindustrie drinnen. Wie funktioniert jetzt hier konkret die Zusammenarbeit, beziehungsweise was gibt es für Projekte, die da stattfinden, um die Zusammenarbeit, das Netzwerken der ganzen Industrie zu gewährleisten? Ja, wenn wir von Vernetzung sprechen, dann müssen wir das natürlich auch selbst leben und das tun wir mit Partnern. Wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem WWTF, dem Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds, ins Leben gerufen, eine gemeinsame Veranstaltungsserie, bei der wir hochrangige Experten einladen, damit sie gemeinsam zum Thema Innovation und Rahmenbedingungen für gute Innovation sprechen. Und da versuchen wir herauszuarbeiten, was es braucht, um Innovation weiter zu fördern. Wir haben gemeinsam ein Positionspapier erstellt, das wir auch immer wieder mit neuen Erkenntnissen und mit neuen Forderungen befüllen und bei dem es darum geht, wie Innovation schlagkräftiger gemacht werden kann und was es dafür braucht. Und letztendlich unterstützen wir auch finanziell. Zum Beispiel unterstützen wir den Health Research Award des österreichischen Netzwerks der Fachhochschulstudiengänge für Gesundheit in der Kategorie Digitalisierung, die, wie eben besprochen, für uns auch sehr wichtig ist. Und mit all diesen Maßnahmen versuchen wir, das Thema Innovation nicht nur weiter an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern auch den Standort Österreich diesbezüglich schlagkräftiger zu machen. Ja, Nina Herzer, vielen Dank für das Interview. Ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, was man ganz stark merkt, ist, dass bei all diesen Innovationsbestrebungen es immer am Ende darum geht, dass es für die Patientinnen und Patienten einfacher, besser, schneller, effektiver, effizienter wird. Insofern wünsche ich auch bei all diesen Projekten viel Erfolg, viel Glück und möchte mich hiermit für die Interviewreihe bedanken. Vielen Dank fürs Kommen und euch, liebe Brutkasten, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Macht's gut!